Aus diesen 10 Zutaten machen wir diese 3 Pfeffermin-Rezepte und die zeige ich dir jetzt im Video. Im Spätsommer und Herbst erscheinen sie wieder auf unseren Märkten, die wunderbaren Waldpilze, die in unseren Wäldern wachsen. Pfeffermin sind somit die bekanntesten, das sind diese kleinen hübschen gelben Dinger hier, auch noch sehr bekannt sind Steinpilze, Maronen und so weiter. Da gibt es wirklich viel, viel leckere Sachen und mit den Waldpilzen zu kochen ist wahnsinnig einfach, super lecker und eben auch nur eine ganz, ganz kurze Zeit im Jahr wirklich möglich, weil das so ein super saisonales Ding ist. Ich zeige dir heute 3 Rezepte, wir fangen an mit einem der Klassiker aus meiner Kindheit und zwar Pfifferlingen in Rahmsoße mit Semmelknödeln. Ist super einfach gemacht, du brauchst für all diese Rezepte, die ich dir heute zeige, nur 10 Zutaten plus Salz und Pfeffer. Also super easy in einem Einkauf erledigt und die Zubereitung der einzelnen Gerichte ist auch gar nicht so aufwendig und erfordert auch kein spezielles Fachwissen oder sowas, also das kriegst du hin, auch wenn du sonst nicht so viel kochst. Und jetzt fangen wir direkt an mit Semmelknödeln. Das ist ja sowas, wenn man jetzt weniger in der Küche zu tun hat, dann kann das was sein, wo man sich denkt, ach nee, das kann ich nicht selber, dann nehme ich fertige, aber Semmelknödel selber machen ist total einfach und genau, damit starten wir jetzt. Zunächst mal kommt eine gute Portion Butter in einen kleinen Topf. Die schmelzen wir dann hier und als nächstes kommen Zwiebeln mit dazu. Das Schöne an Semmelknödeln im Speziellen ist, die sind total gut auch vorzubereiten. Du kannst Semmelknödel wunderbar aufwärmen, einfrieren. Das ist eigentlich sowas, was ich im Winter immer gerne in der Tiefkultur habe, weil die mal auf die Schnelle zu irgendwas dazu serviert einfach mega lecker sind. Ich zeige dir gleich mal noch das Knüttelbrot, was wir dafür verwenden. Wenn du mal wirklich zu viel Baguette oder sowas hast, dann kannst du auch selbst dein Knüttelbrot für die Semmelknödel machen und hast du auch noch eine super Verwertung für so potenziellen Food Waste, Küchenabfälle, die dann eben nicht entstehen. Und außerdem brauchen wir Petersilie. Die gibt es in der Regel am Pilzstand auch gleich zu kaufen. Und die passt einfach vom Aroma her wahnsinnig gut zu Pilzen. Also die ist tatsächlich auch in jedem unserer Gerichte heute irgendwo mit Verdenken, die Petersilie. Zur Pilzzeit gibt es es frisch. Sollst du keine Frische kriegen, weil du zum Beispiel selbst Pilze suchst. Chapeau, Hut ab. Ich habe keine Ahnung davon und kann das nicht. Dann nimm auch gern tiefgefrorene, tut auch seinen Dienst. So, dann geht Petersilie dazu. Und Ziel hier ist jetzt auch nur, dass die Zwiebeln so ein bisschen glasig werden. Also das muss jetzt nicht eben Farbe kriegen oder sowas. Das braucht es gar nicht, sondern die sollen nur so ein bisschen glasig werden und anfangen zu dünsten. Derweil widmen wir uns mal kurz unserem Knüttelbrot. Das sind im Endeffekt altbackene Sendeln, die dann in so feine Scheiben geschnitten werden. Denn Knüttelbrot gibt es in jeder Bäckerei und zumindest in Süddeutschland in den meisten Supermärkten. Ich kann es nicht garantieren, wie das in Norddeutschland war. Ich habe noch nie bewusst in einem norddeutschen Supermarkt nach Knüttelbrot geschaut, weil ich auch weiß, dass dieses Semmelknödel-Ding sowas typisch Süddeutsches ist. Aber falls du aus dem nördlicheren Deutschland zuschaust, dann schreib mir doch mal in die Kommentare, ob es Semmelknödel bei euch überhaupt gibt, ob es Knüttelbrot gibt. Also da wäre ich super, super neugierig. Da dazu kommen vier große Bio-Eier. Außerdem mit dazu kommt ordentlich Pfeffer. Den am besten immer ganz kaufen und eine ordentliche Pfeffermühle dazu und den frisch mahlen, weil der dann deutlich aromatischer ist. Denn Pfeffer hat viel zu Zitrusnoten und speziell Zitrusnoten verfliegen wahnsinnig schnell. Also ganz allgemein, auch bei Parfum oder sowas sind die Zitrusnoten immer die ersten, die verfliegen. Deswegen Pfeffer frisch mahlen ist viel besser. So, außerdem haben wir hier noch zwei Teelöffel Salz. Und du hörst schon, hier vorne brutzelt es langsam. Das ist auch schon völlig ausreichend. Du siehst, die Zwiebeln sind glasig. Das kommt jetzt hier dazu. Und als nächstes machen wir ein bisschen Milch warm. Da kannst du übrigens sowohl Kuhmilch als auch jede Pflanzenmilch nehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe jetzt hier Soja. Schmeckt sehr lecker. Und bei der Milch ist es so, da kann ich keine exakten Mengenangaben machen. Sondern das ist eine Etwa-Angabe im Rezept. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn wie viel Milch du brauchst, hängt davon ab, wie saftig dein Knüttelbrot ist und wie groß deine Eier sind. Deswegen Milch, das machen wir gleich so ein bisschen nach Augenmaß. Die soll auch gar nicht kochen und auch gar nicht zu heiß werden. Sondern so gut lauwarm, sodass sie leicht anfängt zu dampfen, sodass sie leicht heiß wird. Das ist völlig ausreichend. Und jetzt gebe ich mal ungefähr die Hälfte von unserer Milch hier über den Knüttelteig. Und mit einem Löffel arbeite ich sie erstmal unter, dass wir uns da gleich die Flossen nicht verbrennen. Aber wenn das dann einmal so grob durchgematscht ist, dann ringe ich ab. Und mit frisch gewaschen Händen, ganz wichtig, rein da. Das Schöne ist übrigens an unseren drei Pfifferling-Rezepten. Du brauchst nicht nur super wenig Zutaten, du brauchst auch keine, tatsächlich keine Küchen-Gadgets. Das Einzige, was du brauchst, sind ein paar Töpfe, Brettchen, ein scharfes Messer. Und das war's. Auch zum Knödel machen, da braucht man nichts. Also das ist so easy. Und du siehst schon hier von der Bewegung her, ich matsche das quasi so richtig durch. Denn was wir nicht wollen, sind große Semmelstücke in den Semmelknödeln oder bloße Knödelbrotstücke. Sondern das soll alles möglichst fein sein. Und jetzt habe ich aber tatsächlich ein kleines Problem, das passiert mir eigentlich immer. Nämlich, dass mein Knödelteig zu weich ist. Also du siehst schon, wenn man den jetzt hier so rollen würde, der gibt schon noch viel zu sehr nach. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen tricksen. Und zwar helfen da Semmelbrösel alias Paniermehl. Davon packe ich jetzt hier mal so eine halbe Tasse dazu und arbeite das einfach unter und gucke dann, bis der Teig eine gute Konsistenz hat. So soll er sein, unser Knödelteig. Der ist nicht mehr ganz so klebrig, also er ist immer klebrig. Knödelteig ist einfach immer klebrig. Aber wenn ich da einen Knödel draus forme, dann hält der schon ziemlich seine Form. Und so ist er gut. Jetzt könnte man den Knödelteig gleich verarbeiten. Das macht aber nicht so viel Sinn, weil der jetzt einfach noch nicht richtig durchgezogen ist. Ich stelle den kurz nach hinten, wasche mir die Finger und dann machen wir erstmal unsere Pfifferlinge in den Rahm oder Schwammerzucken, wie das bei mir daheim heißt. Und dann, wenn die fertig ist, soweit, dann machen wir die Knödel. Ich habe mich bewaffnet und zwar mit zwei Stück Küchenrolle, denn wir putzen jetzt zuallererst mal unsere Pfifferlinge. Die habe ich am Markt gekauft, auf einem Stand, der tatsächlich auch nur Pilze macht. Ich weiß nicht, was die den Rest des Jahres machen, müsste ich es eigentlich mal fragen. Aber die wachsen wie die Pilze aus dem Boden irgendwann Ende August, wenn es die ersten Waldpilze gibt und verschwinden dann auch wieder, wenn es zu kalt dafür wird. Genau, und was wir effektiv machen, ist, wir gucken uns die Pilze an und wenn die so ein bisschen Dreck noch dran haben, dann nehme ich hier die Küchenrolle und reibe den so ein bisschen ab. Und mehr tun wir auch gar nicht und irgendwelche eingetrockneten Stellen kannst du abrupfen oder abschneiden mit einem kleinen Messer. Aber wichtig ist, nicht waschen die Pfifferlinge, weil die sind wie kleine Schwämme und würden einfach viel zu viel Feuchtigkeit aufziehen, an sich ziehen. Und genau, deswegen machen wir die sauber. Es gibt Leute, die machen das auch sehr gerne mit einer kleinen Zahnbürste. Das kann man auch machen. Ich habe jetzt leider keine original verpackte Zahnbürste in mir hier ruhig. Dementsprechend mache ich es hier mit der Küchenrolle, geht auch sehr gut. Es gibt auch spezielle Pilzbürstchen. Das ist eine nette Spielerei, aber kein Muss. Wenn du eine hast, nimm sie natürlich gerne her. Kauf dir bitte bloß um Gottes Willen keine Pilzbürste, nur wenn du einmal mit Pfifferlingen kommst. Die Pfifferlinge sind geputzt und jetzt geht es los mit unseren Pfifferlingen in den Rahmen. Dafür geben wir eine Portion Butter in die Pfanne und brauchen wieder eine Zwiebel. Zwiebel in den Topf. Und der große Unterschied zwischen einem Waldpilz und den Kulturpilzen, die wir sonst so kennen, also Champignons und Kräuterseitlinge zum Teil auch, ist, ein Champignon, wenn du den anbrätst, dann verliert der super viel Flüssigkeit. Einfach weil das so ein gezüchteter Retortenpilz ist und da dann auch geschmacklich jetzt nicht so viel mehr dran ist. Die Pfifferlinge hier verlieren quasi gar kein Wasser. Das ist alles purer Pilzgeschmack. Und das ist auch genau der Grund, warum die so viel teurer sind als Champignons. Weil Champignons wachsen unter künstlichsten Bedingungen auf der Plantage. Es gibt auch Waldchampignons, die meine ich damit nicht, sondern ich meine die typischen Champignons, die wir so aus dem Supermarkt kennen. Die hier wachsen im Wald und werden manuell von Menschen gesammelt und einzeln gesucht. Also du zahlst die Arbeit und du zahlst auch einfach das, dass es diese Pilze nicht immer gibt und dass die sehr rar sind. Also deswegen um Gottes willen, Champignons können auch wirklich lecker sein, haben aber einfach mit einem Waldpilz nichts zu tun. Die, ähm, na, Zwiebeln, die Zwiebeln, Zwiebeln sind es, sind glasig. Da geben wir jetzt die Pfifferlinge dazu. Was ich jetzt mache, wenn das ein kleinerer Pilz, ein größerer Pilz ist, dann zerbreche ich den einfach. Die lassen sich sehr gut entweder vom Stiel her oder von der Kappe her zerbrechen. Wenn es sehr kleine Pilze sind, wie die hier, dann werfe ich die einfach ganz rein. Genaue Mengen stehen wie immer auf heiße Himbeeren, da habe ich das alles einmal zusammengeschrieben. Unsere Pfifferlinge sind mittlerweile im Topf und du siehst auch jetzt hier, die legen am Boden einfach ganz schön an, bilden so eine schöne braune, ganz karamellige Noten und dieses ganze Umami ist da am Topfboden und verliert aber kein Wasser. Und das, wie gesagt, zeigt einfach, dass das was ganz, ganz Hochwertiges ist. Zu unseren Pfifferlingen kommen jetzt Sahne. Genauen Angaben stehen wie immer auf heiße Himbeeren, nicht erschrecken, es ist kein Diätessen. Sage ich gleich vorhin beklären. Pfifferlinge im Rahmen, es ist sowas Edles, es ist was, was es nur so eine kurze Zeit im Jahr gibt. Da darf es auch mal ein bisschen luxuriöser sein, ohne dass es heiß ist, dass man es jeden Tag ist. Mach ich auch nicht, Gott im Himmel, es geht gar nicht. Aber manchmal, wenn sowas Edles ist, dann finde ich, ja, wäre es jetzt schade, da eine Lovehead-Sahne reinzukippen zu den Schraubenpilzen. Aber natürlich kommt auch noch Wasser dazu, reichlich. Und das lassen wir jetzt mit ein bisschen Salz. Erstmal köcheln. Ganz wichtig ist auch immer, ich habe hier noch eine Zitrone, dass wir ein bisschen Säure mit dazu geben, denn jedes Essen braucht irgendwie Säure, die brauchen wir für die Verdauung und für den Geschmack ist die super wichtig. Und speziell diese Pilze, die haben sehr viel so ganz kräftigen, nussigen, fast schon ein bisschen muffige Aromen. Und so ein bisschen Zitronensaft lockert das einfach auf. Deswegen gebe ich da bloß so ein paar Tropfen. Es ist nicht so, dass es dann sauer oder nach Zitrone schmeckt, aber wenn du es weglässt, merkst du einfach, dass der Geschmack nicht so rund ist. Das lassen wir jetzt hier mal ganz kurz aufkochen. Dann binden wir das noch mit ein bisschen Wasser und Mehl. Und in der Zwischenzeit kocht hier schon unser Knödelwasser. Das drehe ich mal ein bisschen runter und wir formen unsere Knödel. Der Teig hat nämlich mittlerweile so gute 20 Minuten Zeit durchzuziehen. Und es ist einfach nochmal kompakter und sorgt für noch saftigere Knödel. Jetzt siedet hier unser Wasser. Das drehen wir jetzt wieder ein bisschen runter und da legen wir jetzt die Knödel ein. Und dann brauchen die Knödel, je nach Größe der Knödel, um die 10 Minuten. Und bei Knödel ist es genauso wie bei Gnocchi. Sobald die fertig sind, schwimmen sie oben. Nach 10 Minuten ungefähr kommen die ersten an, so wieder aufzutauchen. Und dann schalten wir sie komplett aus. Und dann lasse ich sie immer noch mal 5 Minuten im heißen Wasser ziehen. Einfach damit sie auch bis in die Mitte durchgegart sind. Und unsere Pfifferlinge im Rahmen kochen. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Mehl und Wasser, mit kaltem Mehl, mit kaltem Wasser verrührt. Es geht auch Speisestärke mit kaltem Wasser. Und gebe davon jetzt einen Schluck hier zu unserer Suppe, damit die ein bisschen eindickt. Die Konsistenz ist absolute Geschmackssache. Meine Mama zum Beispiel mag sie immer sehr flüssig. Ist auch sehr lecker. Ich weiß aber, dass durch der normale Semmelknödel im Pilzrahmen eher so eine sämige Sahnesoße ist. Deswegen dicken wir sie bei uns einfach ein bisschen an. Das ist aber reine Geschmackssache, wie gesagt, wie sehr du das machst. Also probiere es einfach aus. Am Anfang ein bisschen weniger. Wenn du dann das Gefühl hast, du brauchst noch mal ein bisschen mehr, dann gib noch mal mehr dazu. Eine kleine Sache fehlt noch. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Petersilie. Da geben wir jetzt einfach eine gute Handvoll mit dazu. Ein bisschen was gebe ich auf zum Servieren gleich. Jetzt kommen wir der cremig-sämigen Konsistenz langsam näher. Abschmecken. Pfeffer, der bringt auch noch mal so eine schön zitronige Note mit rein. Salz immer erstmal in Maßen dazugeben und dann nach Belieben nachsalzen. Denn wenn du einmal zu viel Salz drin hast, dann wird es ein bisschen tricky. Und Säure fehlt normalerweise dann in einem Essen, wenn du einfach das Gefühl hast, das schmeckt noch nicht herunter, fehlt noch irgendwas. Dann ist es in der Regel immer entweder Salz oder Säure, die fehlt, damit es so richtig, richtig lecker wird. Das zweite unserer drei Gerichte aus 10 Zutaten mit Pfifferlingen ist, das war jetzt ein sehr schwäger Satz, aber egal. Wir machen jetzt Nudeln. Bandnudeln mit Pfifferlingen, mit Pfifferlingen-Rahmsoße. Das klingt jetzt erstmal ähnlich wie das, was wir mit den Semmelknöbeln gerade veranstaltet haben, ist es aber nicht. Obwohl wir auch da natürlich wieder unsere 10 Zutaten haben und die gar nicht mal so unähnlich sind, hat die Pasta-Soße, also die Gerichte erstmal ähnlich klingen, würde ich sagen, ist die Pasta-Soße einfach deutlich sämiger, cremiger als die Pilzsuppe, die wir zu unseren Semmelknöbeln gemacht haben. Und da macht Konsistenz einfach wirklich nochmal was aus. Zudem haben die Nudeln einfach, ja, sind ganz unterschiedlich zu einem Semmelknöbeln und deswegen klingen die Gerichte zwar ähnlich her, sind aber nicht. Also keine Sorge. Du hast auch da Abwechslung. Wenn du jetzt beschließt, du kaufst einmal groß Pfifferlinge ein und machst die drei Gerichte, dir wird es sicher nicht langweilig. Die Zwiebel kommt mit Butter in die Pfanne. Dazu kommen jetzt unsere Pfifferlinge. Die sind natürlich wieder geputzt und zerpflückt. Und während die anbraten, hacke ich mal ganz kurz in die Zwiebeln Petersilie. Das Nudelwasser kocht, wie immer rein die Salze. Und die Nudeln, ich persönlich verwende da immer gerne Bandnudeln, nach Packung und Anmalt und Kochen. Die Nudeln brauchen noch ungefähr fünf Minuten. Jetzt ist es Zeit für unsere Soße. Wir geben hier wieder einen guten Schluck Sahne dazu. Wichtig ist immer, dass du am Boden der Pfanne nochmal entlang gehst mit deinem Kochlöffel. Da sind nämlich die ganzen Umami und Röstaromen. Und das geht dann so in die Soße über. Und das lassen wir jetzt hier noch so lange einkochen und einreduzieren, bis die Nudeln fertig sind. Ich schmecke es schon mal ab. Mit Salz und Pfeffer. Sehr fein. Auch hier kommt wieder ein Spritzer Zitronensaft dazu. Ganz wichtig. Es schmeckt jetzt nämlich einfach lecker, aber ein bisschen muffig. Wie das mit Pilzen halt so ist. Und das behebt der Zitronensaft dieses Problem. Weil Andi gerade drauf hingewiesen hat, es ist eine Zitrone, eine Bio-Zitrone, die kam grün hier an. Schmeckt trotzdem wie eine Zitrone. Also ich will hier keinen Kommentar lesen mit, warum hündliche Elementen. Nee, nee Leute. Und man schmeckt einfach sofort, dass dieses Essen leckerer ist, wenn es Zitronensaft dabei ist. Reizviel, trotzdem. So, auch hier kommt wieder ein bisschen Petersilie dazu. Und so muss das kommen. So, 1,55. Perfekte Timing. Die Nudeln sind fertig. Und jetzt gebe ich die einfach hier mit der Zange. Und so nass wie sie sind rüber. Denn dieses Kochwasser von den Nudeln, das ist ja voll Stärke und Salz. Und sorgt einfach dafür, dass die Soße auch nochmal sämiger wird. Außerdem ist die Sahne jetzt wirklich gut einreduziert. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Die Soße wartet auf die Nudeln niemals andersrum. Denn Pasta ist direkt frisch gekocht. Einfach mit Abstand am leckersten. Die sind frische Petersilie. Unser letztes Gericht in der Runde ist ein Pfifferling-Omelett. Und das ist so ziemlich das Schnellste, was du machen kannst, wenn du richtig frische Pfifferlinge hast. Total Lust drauf, irgendwas zu kochen. Aber super wenig zu Hause und außerdem keine Zeit. Denn das Einzige, was wir brauchen, sind Butter, Pfifferlinge, Salz, Pfeffer, unser Petersilie, Zitronensaft und Eier. Also super simpel. Vor mir hier heizt die Pfanne schon wieder hoch. In die kommt jetzt auch erstmal ein Stückchen Butter. Zum Butter gesellt sind eine fein gehackte Zwiebel. Das ist das Einzige, was ich in diesem Video tue, ist Zwiebeln hatten. Und die unvermeidlichen Pfifferlinge. Außerdem wird zu den Pfifferlingen gesellt ein bisschen Salz. Und jetzt braten wir die einmal so richtig kräftig an, bis die Farbe gekriegt haben. Die Zwischenzeit nutzen wir schon mal, um unsere drei Eier aufzuschlagen, die dann gleich unser Omelette ergeben. Auch hier kommt ein bisschen Petersilie dazu und ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer. Und wenn die dann so ein bisschen weich geworden sind und sie schön glänzen, dann geht es für die einmal kurz zum Ausruhen in eine Schüssel. Wichtig ist für das Omelette jetzt, dass du die Pfanne nicht mehr auf höchste Hitze stellst, sondern so auf mittlere Hitze. Und schau, dass die Pfanne auch gut mit Butter ausgekleidet ist. Eine kleine Prise Salz dazu. Wichtig ist, dass du die erst jetzt dazugürbst, ansonsten lassen sich die Eier nämlich nicht mehr so schön aufschlagen. Dann geben wir die Ei-Masse in die Pfanne. Und da lassen wir es jetzt erstmal eine Zeit lang brutzeln, ohne sie rotartig anzufassen. Und zwar merkst du dann, wenn es Zeit ist, das Omelette auch zu füllen, wenn am Rand das Ei langsam zu stocken beginnt. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Pfannkuchen machst. Das siehst du ja auch anhand des Teiges am Rand, wie weit der Pfannkuchen ist. Und genauso ist es bei einem Omelette auch. Und wenn es dann langsam zu stocken begonnen hat, dann füllen wir die Pfifferlinge in unser Omelette. Und wenn das dann eine Zeit lang Zeit hatte, um ein bisschen anzubacken, die Pfifferlinge, dann klappen wir unser Omelette zu. Dann mitwirken. Ihr Lieben, wir sind fertig. Drei Pfifferling-Rezepte haben wir gezaubert. Ich finde, es sieht mal wieder nach viel mehr aus, als es eigentlich ist. Ich meine, das sind immer noch nur 10 Zutaten, bloß Salz und Pfeffer. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schau doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Denn auch da lasse ich mir sicherlich wieder einfallen, was man aus den Zutaten so alles Tolles zaubern kann.